Die Universität ist ein wichtiger Leuchtturm in der Region für die Entwicklung hochtalentierter Mitarbeiter für mein Unternehmen. Wir befinden uns insbesondere im IT-Sektor. Dort entwickeln wir Lösungen im IT-Bereich, E-Commerce, um das Leben für Menschen in dieser dynamischen Zeit noch leichter und angenehmer zu gestalten. Wir entwickeln hier insbesondere Logistiklösungen, arbeiten an der Stelle eng mit der Universität zusammen und sind ganz guter Dinge, dass der Exzellenzstandort Dresden für uns ein ganz wichtiger Meilenstein ist, um unsere Lebensentwicklung fortführen zu können.